Zwei Uhr! Hast ihn! Zwölf Uhr! Nett, Daniels! Alles klar! Unsere Flieger sind hier! Jetzt gratulieren sie uns mit allem an was sie. Das ist noch nicht klappt! Vier, zwei, sieh da! Eins, ich jetzt rum! Drücken die Signal raus rüber! Wir kommen mal rüber! Ja, bitte! Gehen Sie bitte! Werde habt ihr gewonnen? Sie hauen ab! Sie schieben sich in den Tunnel zurück! Los, los, los! Die Strecke von den Spermen! Wir verpassen ihn jetzt eine! Feucht gesichtet! Sie kommen raus! Allemann, Waffen runter! Waffen runter! Sie ergeben sich! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Die Brücke erobert Corporal Howard Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen Es ist verdammt viel mehrfällig als das Kommt schon her! Wir haben gerade Geschichte geschrieben Als Erste über den Reihen Was kommt denn? Du guckst doch so, Deutscher Wir wissen von einem Gefangenenlager in der Nähe Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten Aber Sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten Verstanden, Sergeant Okay Unser Platoon hat den ersten Brückenkorb am Rhein errichtet Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland Es heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen? Nicht für mich Erst wenn ich es erst gefunden habe Nachdem wir die Brücke bei unserer Ostmission verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht Ich wusste gar nichts Aber eins ist sicher Ich werde diesen Anblick nie vergessen Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu denen auch Sasman gehörte, in ein kleineres Lager drei Stunden östlich gebracht Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte Das Letzte Das sieht mir nach Arbeitslager aus Na los Ich finde, hier sieht's verlassen aus Ich weiß nicht, was hier passiert ist Das waren unsere Leute Hol die Kamera raus Die Welt muss es erfahren Sie mussten dahin vegetieren wie Tiere Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerration Die Nazis haben unsere Leute kaltblütig ermordet Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert Sie haben die Schwächsten abgeschlachtet Alle, die zu langsam waren Die Spur fährt zu den Feldern Da wurden sie hingetrieben Dann ist das unser Ziel Erwarten Sie nicht zu viel, Corporal Es war ein Versprechen an Sasman Und was wir finden, was wir finden, was wir finden, was wir finden, ist was anderes Sartan, ich geh vor Sasman! Es ist wie ein Teufelskreis, was ich getan habe, was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur, weil ich nicht... Verdammt! Ich komme, Sasman. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Ich höre Sie! Bewegung! Los! Ich höre Sie! Bewegung! Los! Es ist vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief. Und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke Ihnen. Und die Welt dankt Ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Das war's, Freunde. Sasman wollte, dass du den kriegst. Ja, du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du aber kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen? Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim! Und? Kommst du zurecht? Ich gehe nochmal zu Sasman. Sargent? Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich, ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard, Pierce. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, äh, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du, du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch dein Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides.